Entspannt und super cool stehen die drei Herren im Anzug mit Jackett und Krawatte beieinander, unterhalten sich und scherzen. Plötzlich erregt etwas, oder besser jemand, ihre Aufmerksamkeit. Im hautengen Dress betritt eine Lady den Raum und tänzelt super sexy vor ihnen umher. Es ist niemand Geringeres als Let's Dance-Profi Renata Lusin. Und die Jungs im Hintergrund? Bergdoktor Star Mark Keller mit Sohn Joshua und Renatas Ehemann Valentin. Sie sind der Star im neuesten Video von Los Kelleros. So nennt sich die Truppe bestehend aus Mark Keller und seinen beiden Söhnen Aaron und Joshua. Regelmäßig begeistern sie auf Instagram mit lustigen und sorgfältig choreografierten Videos. Renata hat es in diesem Video zwar auf den ältesten Sohn von Doktor Alexander Kahnweiler abgesehen, doch seine Fans spekulieren, ob nicht der 56-Jährige bei der nächsten Staffel der Tanzsendung auf dem Parkett steht. Dubai Let's Dance, das wäre der Kracher. Also wenn ihr nächstes Jahr nicht alle bei Let's Dance seid, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt kommt ihr aber nicht mehr um Let's Dance herum, oder? Schreiben Sie in den Kommentaren. Mark Keller hat sich dazu bisher nicht geäußert.